Okay, los. Wir sind direkt ab dem Strand. Das ist scheiße. Vielleicht links können die von uns kommen. Wir müssen jetzt erstmal hier warten. Ich positioniere mich aber anders. Ich gehe hier in eine Ecke rein. Weil die werden gleich von da kommen. Irgendwann. Ich stehe immer noch. Dann komme ich hoch. Die werden gleich von hier links kommen. Das heißt, du bleibst da. David, komm mit mir. Hier, hier, hier hinter dir. Hinter dir. Jetzt liegt die beiden da. Okay, dann bleibst du einfach liegen. Ich werde einfach so hinter dem Auto da liegen. Oder wir gehen weiter. Direkt können wir auch. Lass uns noch kurz warten. Ja. Letztes hat es sich auch gelohnt zu warten. Okay. Okay. 送 ihm mit dem Auto da liegen. Und dann können wir das ganze Zeit palms beüyort. Vielen Dank. Ja. Da ist er. Wo? Ich hab ihn gekillt, ich hab ihn gekillt, ich hab ihn gekillt. Wo? Ja, okay, ich hab das nicht mehr wusste. Das war ein Spiel dann. Der lag direkt auf dem Berg, wo wir gerade waren. Echt? Ja. Wo bist du denn schon wieder? Alter, wo bist du? Dreh euch um, wo ich sitze. Du stehst aus neben... Du stehst aus... Da bist du? Oben? Dein Ernst? Junge, ist das nicht mir was? Wann. Ja, ich hab das. Ah, ich hab das nicht zu mir ausgegeben. Du hast nicht... ich denke in der lupen gehen ja wenn du nicht mehr mit uns zusammen spielen willst dann gehe ruhig ich gehe noch bluten wartet hier mit mir deckung da hinten auf der insel läuft ein skip wirst du denn da wird der läuft da hier ist immer noch einer ach da sehe ich natürlich hat das spieler der mann im hausen hat er hat nicht viel gehabt level 14er spieler der hat gar nichts gehabt fast ein bisschen leid für den das war ein low level spieler bist du auf dem berg oben so wie wir so wie wir ich habe noch einen gekillt noch ein spieler er saß da im gebürsch was macht ihr einer schießt auf mich er kann nur auf dem berg sein ich versuche und wo hat er auf dich geschossen ich weiß nicht ich habe wenn er dich getroffen hat erst mal und ich hab zwei PMC schon aus dem Spiel genommen also können nicht mehr so viele da sein aber minimal getroffen das war keiner von der Insel oder so oder von unten ja jetzt habe ich aber den Wichser mitgenommen sehr gut von der Insel ja genau ok das war voll auf und geschossen von wo hat der dich abgeschossen weiß nicht wie läuft der ne ja ich bin das ich bin das ok ich gehe den einen Typen looten dann komme ich zu euch dann gehen wir weiter für Schichtländer keine Ahnung bist du das da oben Desley auf dem Berg ne ja ne ja ich gehe den Typen jetzt looten dann komme ich das was du ja mach das du leit die leute egal ich ich wir sind doch genauso scheiße schickt ihm eine e mail mit entschuldigung ich komme runter zu euch aber schon asi so kleine spieler umzubringen ja ich weiß ja die hätten uns wahrscheinlich auch noch umgebracht das natürlich ist weniger als sechs stück acht stück sind glaube ich insgesamt zwei weniger 63 davon wir also noch drei spieler drei bis vier spieler am strand lang wieder oder eine gute survival taktik ich habe sogar eine glock ich sagte auch die sks ist meins mit der ich glaube ich auch die meisten kills den ganzen tag auf die die ich jetzt hab also das war das war tauschen was lachst du soll ich nachher kommen siehst du jetzt lachst du nicht mehr schmierwurst ja gucke so ja 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 Das war's für heute. Hier müssen wir raus. Gleisbrett. Oder nach Kassens. Oder das Boot. Ich, ich, ich. Ihr seid mir zu weit weg. Aber du siehst, David, man hört das sofort, wenn einer rennt. Ja. 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 unten am sun kann auch einer sein ja habe ich gerade geguckt ist aber nichts erst mal hier hoch an der tankstelle können welche sein so jetzt kommt der punkt wo wir drüber gehen immer ein bisschen nach links gehen damit bis hier zu den bäumen gehe ich meistens kurz warten hier ist keiner können weiter gehen wir sind hier so runter so ein bisschen neben der bösche ok wir können ein boot nicht raus wieso nicht weil da keine granaten kiste auf dem deck liegt es ist ein indiz wenn die da nicht da ist dann kommst du damit nicht raus willst du linken verscheiden dann lass uns weiter ich ja komm dann gehen wir mal weiter hier ich muss mich kurz halten ich werde mich verletzen aber wir können dabei laufen es bleibt mal stehen sein rucksack ist offen nach wachst du wo ich gleich mein ganzes essen verliere ja wir gehen jetzt hier wir gehen jetzt auf einmal komm schon auf einmal komm da da hinten david leg dich hin und knall den ab leg dich hier hin und knall den ab wo denn da der rennt über die straße der steht mittig auf der straße da hinten david ich sag ja auch woanders auch ach da sehe ich jetzt auch ich bin bereit irgendwo auf der baustelle rauskommen da da ist okay jetzt ist er hinter dem gebäude dann warte der kommt gleich viel ich bräuchteck um da ist wieder da hinten ist er auf der straße sehr gut okay later okay da wird dann eine nahe vor dir ist ne also ich sag mal so die entfernung die wir jetzt sind ungefähr weil nie ins grobe eingehen weil das dauert viel zu langen dann schießt fertig über den haufen dann immer höchst feuer machen da ist einer im wald und wir sind hier rechts runter da ist glaube ich am ende in die hocker gegangen jetzt habe ich die gleiche knall wieder david oh sneaker no Oh! Okay, komm, lass uns weiter gehen. So, hier rein, sag mal. So, und hier vom Berg. Kann sein, dass hier in der Ecke noch welche stehen. Du kannst hier so immer gucken immer. Tick, tack. Sieht aber sauber aus. Jetzt kommt die Scheiße. So, jetzt kommt die Scheiße. So, jetzt kommt die Scheiße. So, jetzt kommt die Scheiße. Wir gehen weiter hoch, ne? Hier gehen wir noch nicht raus. Nein. Weil wir wollen ja noch ein paar Scaps holen. Ja. Aber bisher ist gute Runde. Ja. Alle leben. Du hast ein paar gekillt. Zwei glaube ich, oder drei. David, wenn du hier die Spitze vom Berg erreichst, dann... Guck mal hier runter, David, ob du einen siehst. Genau. Das ist so ein Haus. Ja, so ein Wachtturm. Da ist einer. Hier, der läuft hier, David. Komm her. Der läuft hier. Na, an der Straße. Schieß, 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 schieß. Zack, zack. Jawohl, sauber, sehr gut. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Hier kommt gleich. Der ist wahrscheinlich oben im Turm. Ja. Wartet kurz, bleibt einfach hier. Entweder ist er im Turm oder steht unten irgendwo. Da kommt einer im Wald entlang, da geradeaus. Der kommt jetzt da raus aus dem Wald. Da, da, David, da im Wald. Gegenüber von uns im Wald läuft der. Der sitzt hinterm Baum. Ja. Schieß. Wo denn? Ich seh den mich. 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 Hast du den? Ja, ich hab den. Okay, ich geh runter. Okay. Okay, David, komm mit. Okay. 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 Dann hab ich komplett andere Richtung geguckt. Ich komm zurück. Ja. Wir gehen schon mal ein Stück weiter, die Straße hoch. okay. Äh, sind wir gleich ganz hoch mit einer. Achte auf dein Essen, wo wir dringen. Okay. da könnten auch noch welche sein gleich oben da an der mauer noch ein bisschen hier im wald irgendwo habe ich geh mal vor und guck mal geradeaus da geradeaus hinterbauen der kommt zwei stück geradeaus zwei stück ich nehme die weg der rennt sogar auf den sascha zu ich bin ein habe ich und da ist der zweite ich habe ja ich sehe den ok jetzt ist der druck ist das nicht bewusst hier ist noch einer wo weiß ich nicht hinter uns hinter uns hier ist die David, was ist los? Ja, ihr seid schon dran, deswegen mache ich es nicht. Hier liegt aber noch immer einer, David. David. David steht da und looptet so ganz gut. Ganz geschmeidig. David, komm hier hoch. Hier, genau geradeaus, geradeaus, rechts, 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 links, geradeaus. Ist das hier Ausgang? Ja, hier in der Ecke. Och Junge. Das war ein langer Spaziergang. Ja. Ja, 30 Minuten. Ja.